Kurz vor Feierabend, im härtesten Job Hessens, 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion und Gaststar Bülent Ceylan. Boris Bülent, wartet mal kurz, die Sabine Schneider hat gerade angerufen, die braucht noch einen Gag zum Thema Geld. Ja, da kommt sie wieder früh. Ja, aber echt. Wir könnten es so machen. Wo ist der beste Ort, Geld zu verstecken? Frag mal, wo? Wo? Unter der Seife eines Mannes. Nicht schlecht. Der Steig. Oder wir machen es so, ich bekomme meinen Kontostand neuerdings per SMS. Das ist zwar praktisch, aber das LOL am Schluss könnten sie weglassen. Oh. Der ist gut. Oder Boris, ich sehe schon, dir steckt noch was. Ja, einer geht noch. Okay. Ich hatte ja mal Geld ohne Ende und habe dazu noch verdammt gut ausgesehen. Sag mal, echt jetzt? Echt jetzt? Ja. Und dann hat der Wecker geklingelt. Der ist es. Doch, der ist es doch der Beste. Der ist es. Gibt es ja recht, Bülent. Der ist es. Also, Comedypreis, ne? Würde ich schon sagen. Da musst du, wenn du im Auto sitzt, rechts ranfahren. Aber jetzt ist Schluss mit Lust. Ja, komm. Genau. Händlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.